Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video zeige ich dir direkt an einfachen Beispielen, wie das Potenzgesetz funktioniert, bei dem du Potenzen mit verschiedenen positiven Basen, aber gleichem Exponenten durcheinander teilst. Stell dir vor, du sollst sowas berechnen wie 4 hoch 3 geteilt durch 8 hoch 3. Natürlich kannst du erst einmal den Zähler hoch 3 rechnen und den Nenner hoch 3 rechnen und am Ende noch weitestgehend versuchen zu kürzen. Du kannst allerdings auch laut Potenzgesetz diesen gleichen Exponenten nach außen ziehen. Das bedeutet, erst einmal 4 geteilt durch 8 rechnen und am Ende hoch 3 rechnen. Die Reihenfolge ist vollkommen egal, ob du erst teilst und dann hoch 3 rechnest oder erst jeweils hoch 3 rechnest und dann teilst. Da kommt das Gleiche raus. Und 4 geteilt durch 8, das ist gerade ziemlich praktisch, weil das kürzt sich jeweils einmal weg. Die 4 steckt ja zweimal in der 8 drin. Das bedeutet, wir haben hier nur 1 halb hoch 3. Und jetzt kannst du dieses Rechengesetz wieder in anderer Richtung benutzen und diesen Bruch wieder aufteilen. Das bedeutet, du kannst diese hoch 3 einmal über die 1 ziehen und einmal über die 2. Das heißt, 1 hoch 3 bleibt 1 und 2 hoch 3, naja, 2 mal 2 mal 2. 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist eine 8. Und tatsächlich, da kommt sofort ein super einfaches Ergebnis raus, ein Achtel. Anderes Beispiel, stell dir vor, du sollst sowas rechnen wie 5 hoch minus 4 geteilt durch 30 hoch minus 4. Ja, der Exponent kann auch eine negative Zahl sein. Tatsächlich ist es so, wenn die Basen positiv sind, dann gilt dieses Rechengesetz auch ganz allgemein für beliebige reelle Zahlen oben im Exponenten. Also auch für negative Zahlen. So, das bedeutet, wir dürfen, wenn der Exponent gleich ist, ihn auch ganz einfach nach draußen ziehen. Das bedeutet, anstatt erst hoch minus 4 zu rechnen und dann zu teilen, können wir auch erst teilen und am Ende hoch minus 4 rechnen. Das ist praktisch, weil 5 geteilt durch 30, das geht wunderbar auf. Die 5 steckt nämlich genau 6 mal in der 30 drin. Ja, weil 6 mal 5 ist 30. Das heißt, wir haben hier ein Sechstel hoch minus 4. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist uns um das Minus zu kümmern und um diese hoch 4. Na, wie das jetzt funktioniert mit der hoch 4, wir können das wieder über Zähler und Nenner einzeln ziehen. Aber das Minus, das ist noch besonders wichtig, weil hier passieren immer ziemlich häufig ein paar Schusselfehler. Minus hat im Exponenten nur die eine Bedeutung. Bruch oder Kehrwert, je nachdem, wie es vom Sprachgebrauch gerade besser passt. Es hat auf jeden Fall nichts mit Negation zu tun. Das heißt, ein Minus im Exponenten steht dafür, dass du von dieser gesamten Basis hier den Kehrwert bildest, also Zähler und Nenner vertauscht. Okay, der Kehrwert von 1 Sechstel ist 6 Eintel. Geteilt durch 1 kann man weglassen, also Kehrwert von 1 Sechstel ist 6. So, und dieses Minus hier bedeutet einfach nur, mache den Kehrwert. Und ob du erst den Kehrwert bildest und danach hoch 4 rechnest und dann den Bruch ausrechnest oder in welcher Reihenfolge du auch immer Bruch, Minus und Potenz, diesen Exponenten, in welcher Reihenfolge du das ausrechnest, ist dir selbst überlassen. Ich persönlich würde jetzt zum Beispiel gerne erst den Kehrwert bilden, das ist ein 6, und danach die hoch 4. Siehst du, dann hat sich der Bruch nämlich auch gleich mit erledigt. Das heißt, wir müssen nur noch rechnen, 6 hoch 4, also 6 mal 6 mal 6 mal 6, die wird 4 mal mit sich selbst multipliziert, diese 6. Jetzt könntest du sowas machen wie 6 mal 6 ist 36, das heißt, das ist auch eine andere Schreibweise für 36 Quadrat. Und an dieser Stelle können wir zum Beispiel auch ganz einfach ohne Taschenrechner, zum Beispiel mit Hilfe der binomischen Formeln arbeiten. Der nächstgelegene Zehner ist die 40, also 36 Quadrat, machen wir eine kleine Nebenrechnung, lässt sich auch schreiben als 40 minus 4 zum Quadrat. Na, mit dem Minus ist die zweite binomische Formel. Könntest du auch sagen, 30 plus 6, dann würde es mit dem Pluszeichen, wäre es die erste binomische Formel, das ist die überlassen. Ich persönlich finde es immer angenehmer, je kleiner die Zahl hinten ist. Also, ich nehme nur den nächstgelegene Zehner, meistens zumindest. Und die zweite binomische Formel sagt, Schritt Nummer 1, quadriere die Zahl, die hier vorne steht, also 40 Quadrat. Schritt 2, ziehe ab das Doppelte von dem Produkt der beiden, von 40 mal 4. Und Schritt Nummer 3, addiere noch das Quadrat der hinteren Zahl, also 4 Quadrat wieder dazu. Okay, 40 Quadrat bedeutet ja eigentlich nur 40 mal 40. Meine Empfehlung ist an dieser Stelle, dass du einfach 4 mal 4 rechnest. Das ist eine 16. Und die beiden Nullen, die hinten stehen, die hängst du einfach noch dran. Das heißt, 40 Quadrat ist 1600. Von 1600 ziehst du noch ab das Doppelte von 40 mal 4. Auch hier kannst du rechnen, 2 mal 4 mal 4, das heißt, 2 mal 4 ist 8, mal 4 sind 32. Und an die 32 hängst du diese 0 einfach noch hinten dran, 320. Und 4 Quadrat ist eine 16, damit haben wir eigentlich alles zusammen. 600 minus 300 sind wir schon mal bei, also insgesamt 1300 nochmal 20 ab, bei 1280. Und auf 1280 packen wir noch eine 16 drauf, also wird eine 96 draus. Perfekt, 1296 sollte dabei rauskommen, wenn du 5 hoch minus 4 durch 30 hoch minus 4 rechnest. Und das alles nur mit Potenzgesetzen und so einer kleinen binomischen Formel zur Unterstützung. Also für sowas brauchst du in Zukunft keinen Taschenrechner mehr. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.